Also Mann als Mann treibt Heumauß, der Bürgermeister von der Stadt Schkeuditz. Hallo Kantur, ich begrüße die junge Delegation aus Kantur hier in Schkeuditz in dem Netzwerk der Städtepartnerschaften. Herzlich willkommen, dass Sie hier nach Schkeuditz gekommen sind, dass Sie uns besuchen, uns kennenlernen möchten, unsere Region kennenlernen möchten und dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Wir freuen uns auch, dass Sie weiterreisen in die weiteren Städte unserer Städtepartnerschaften, nach Bühl, nach Villefransch und Villafranca.